Mein Name ist Ralf Zimpel, ich bin hier bei SwissLog tätig als Head of Operation für Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und heute haben wir einen besonderen Tag, da wir die Übergabe gemeinsam mit Hilti machen zum Flottenmanagement. Wir von SwissLog freuen uns riesig, dass wir diese Partnerschaft eingehen konnten, da wir uns große Vorteile davon versprechen. Was ist das, was wir heute hier bei SwissLog übergeben dürfen? Also wir freuen uns sehr, dass wir heute hier bei SwissLog diese Großflotte übergeben dürfen. Flotte ist ein Mittel, was bei uns heutzutage bei Hilti sehr, sehr wichtig ist für die Kundenbindung. Wir sind ein Unternehmen, was vor 75 Jahren gegründet wurde. Wir kommen eigentlich aus den Produkten heraus. Am Anfang waren Geräteerfindungen, irgendwann kamen Dübel mit dazu. Heute machen wir viel Installation und Brandschutz auch, alles Themen, die auch für SwissLog interessant sind. Was aber nach wie vor ein treibendes Mittel ist, um einfach Loyalität zu fördern, sind die Geräte heute in Form von Dienstleistungen, die auch dahinter stehen. Die Dienstleistungen drehen sich vor allen Dingen darum, dass sie im Endeffekt kalkulierbare Kosten haben. Sie haben keinerlei Probleme mehr mit Reparaturkosten. Sie können des Weiteren im Bedarfsfall weitere Geräte dazu mieten, falls Sie irgendwelche zusätzlichen Projekte haben oder wenn Sie irgendwelche Spezialgeräte brauchen oder sowas. Auch das ist im Flottenmanagement mit drin und Sie haben auch eine hervorragende Transparenz, die heutzutage immer wichtiger wird, damit man eben weiss, wer welche Geräte auch irgendwo hat. Alles sind Dinge, die im Flottenmanagement quasi beinhaltet sind und deswegen freuen wir uns heute sehr, dass wir diese Grossworte übergeben dürfen. Mein Name ist Guto Giuliano. Ich bin zuständig für die Firma SwissLog als Head of Operations Schweiz. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Hilti. Besonders erwähnen möchte ich, dass wenn bei der Baustelle da ein Geräteffekt ist, wir jederzeit Hilti anrufen können und wir werden sofort bedient. Und zwar sehr gut. Man hat einen klarer Ansprechpartner und das Gerät kommt auch am nächsten Tag vorbei und wir können somit auch unsere Arbeiten fortsetzen. Das ist natürlich für die Effizienz das Beste. Ja, hallo, mein Name ist Mann Weinmayer. Ich bin hier bei SwissLog für den Service im süddeutschen Raum zuständig. Wir haben im süddeutschen Raum verschiedene Anlagen, hauptsächlich Rohrpost und fahrerlose Transportsysteme. Bei den Servicetätigkeiten im fahrerlosen Transportgeschäft erhoffen wir uns von den Produkteigenschaften der neuen Hilti-Geräte agile und schnelle Arbeitszuverlässigkeit am Fahrzeug. Wir hatten bisher immer wieder die Themen, dass wir unhandliche Maschinen hatten. Denk ich, wird mit den neuen Geräten ganz klar wesentlich dezimiert werden. Wir haben hier dann wesentliche Effizienzsteigerungen. Ebenso im Rohrpostgeschäft. In Bestandsanlagen ist es natürlich wichtig, einerseits dem Kunden auf professionellen Ebene entgegenzutreten, andererseits auch entsprechend Lärm- und Daukbelästigung aufzutreten mit verschiedenen Produkteigenschaften, die bei den Hilti-Geräten eben vorzufinden sind. Websemanentwicklung Untertitelung des ZDF, 2020